Denkt euch, wir haben das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde das Mützchen voll Schnee. Mit rot gefrorenen Näschen, die kleinen Hände taten ihm weh, denn er trug einen Sack, der war gar schwer. Schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Nase weiße, ihr Schelm im Pack? Denkt ihr, er wäre offen, der Sack? Zugebunden bis oben hin, doch war gewiss etwas Schönes drin. Wenn ihr auch etwas Schönes zu Weihnachten verschenken möchtet, dann macht mit bei der Aktion für einen guten Zweck. Ersteigert unser Trikot, habt viel Spaß damit an Weihnachten und feiert ein schönes Fest mit euren Familien und euren Lieben.